Snow, Dicka, komm, guck mal, was ich hier für dich habe. Komm her, zeig dich mal. Was hast du? Oh, ich habe hier. Oh, ich habe hier. Oh, ich habe hier. Und jetzt noch einen Nachtisch. Komm her, Snowden, Nachtisch. Das ist noch kein Keks. Bitteschön. Noch einer. Meerschwein wieder. Ein Keks. Noch ein bisschen Stau. Gehen wir jetzt mal an Angie's Stau. Engie. Angie! Sieht man was? Angie wohnt jetzt ganz draußen, geht nur noch zum Fressen rein. Da ist hier Unterstand den sie nie benutzt. Die sitzt meistens in dem Ding im Strauch hier vorne oder auf dem Hügel. Angie, sag mal tschüss Jasmin. Du brauchst dich nicht am Busch verstecken. Danke! Danke! 13